Märchen aus aller Welt sind im Neubrandenburger Märchenhaus zu erleben. Die Stadt hat damit eine neue Attraktion für Groß und Klein, unser Kulturtipp. Geschichten von Gut und Böse. Im Märchenhaus sollen sie alle lebendig werden. Besucher können sich verkleiden und in 300 verschiedenen Büchern stöbern. Das Märchenteam gestaltet mit den Gästen Geburtstage und Projekte für Schulen. Dabei gibt es Lesungen und Märchenspaziergänge entlang der Stadtmauer. Märchen haben eine positive Kraft und erzählen auch viel über das Leben von heute, so die Macher. Drauf legte er ins Bett sich nieder, band sich die Haube auf das Haar und zog sich an ihr altes nieder und fühlte sich gar wunderbar. Zu den Geschichten aus uralter Zeit gibt es aus dem Kochstudio von Zwergnase zum Beispiel Froschkönigkuchen. Das Märchenhaus ist ein Projekt des Soziokulturellen Bildungszentrums Neubrandenburg. Auch Erwachsene können sich für märchenhafte Erlebnisse anmelden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's.